Nachdenkseiten Die kritische Website Brücke von Genua Privatisierung tötet Doch die Medien warnen vor Schuldzuweisung Von Tobias Riegel Das Unglück von Genua hätte eine Steilvorlage für kritischen Journalismus sein können. Stattdessen nehmen die großen europäischen Medien die private Betreiberfirma der Brücke in Schutz, denn auf das Prinzip der Privatisierung soll kein schlechtes Licht fallen. Es gibt kein einziges Beispiel für eine positiv verlaufende Privatisierung öffentlicher Güter, seien dies Infrastrukturprojekte wie Brücken, Autobahnen oder Bahntrassen oder seien dies Dienstleistungen in der Verwaltung oder in der Krankenversorgung. Im Gegenteil, der allgemeine Begriff Privatisierung kann schnell und erbarmungslos auf den Alltag durchschlagen. Der Zusammenbruch der privat betriebenen Brücke in Genua symbolisiert das auf schockierende Weise. Hier wird den Menschen die tödliche Folge eines Rückzugs des Staates schonungslos vor Augen geführt. Weil der Brückeneinsturz neben dem individuellen Leid das prinzipielle Problem der Privatisierung beleuchtet, wettern viele Medien nun gegen eine Schuldzuweisung in Richtung der privaten Betreibergesellschaft. Naturgemäß fordern die großen europäischen Medien nun keine öffentliche Zurückeroberung von privatisierten Bereichen. Die Berichterstattung hat das gegenteilige Ziel. Aus der Katastrophe sollen keine falschen Schlussfolgerungen gezogen werden, also solche, die sich gegen Privatisierungen richten. Und so läuft eine Medienkampagne gegen die populistische Kritik an den Brückenbetreibern und gegen ein altes Spiel der Schuldzuweisungen, wie etwa die belgische Zeitung detiert kommentiert. Zitat Die Katastrophe von Genua gibt ihr, der italienischen Regierung, nun Gelegenheit, sich zu beweisen. Aber die Art und Weise, auf die sie die Schuld so weit wie möglich von sich weist und schnell Sündenböcke präsentiert, die in ihr ideologisches Schema passen, verheißt nichts Gutes. Das Land braucht eine neue Dynamik und nicht das alte Spiel der Schuldzuweisungen, um vor allem selbst nichts tun zu müssen. Zitat Ende Dieser Tenor zieht sich durch zahlreiche europäische Medien. Stellvertretend schreibt etwa die Tagesschau, Zitat Die Schuldzuweisungen haben längst begonnen, Zitat Ende und erneut, Zitat Der Grund für den Brückeneinsturz in Genua ist noch unklar, doch die Regierung hat die Schuldigen bereits ausgemacht, die Autobahnbetreiber. Zitat Ende Populisten betreiben Vorverurteilung Die hessische Allgemeine findet, Zitat Es ist der Tag der Reflexe und damit der viel zu schnellen vorverurteilenden Festlegungen von Schuldigen, Zitat Ende Und auch die Nachrichtenagentur dpa ist empört, Zitat Mitglieder der neuen populistischen Regierung machten am Mittwoch den privaten Betreiber der Autobahn für das Unglück verantwortlich, Zitat Ende Man fragt sich jedoch, wer sonst verantwortlich sein sollte Die Verantwortung, auch die einer befriedigenden Aufklärung, liegt beim Betreiber Vor einem Gerichtsurteil kann nicht von Schuld gesprochen werden Doch dass die Betreiber der Brücke ein sehr begründeter Anfangsverdacht trifft, ist offensichtlich Im konkreten Fall handelt es sich denn auch weniger um prompte Schuldzuweisungen, wie es auch vom ZDF formuliert wird Eher geht es um die Feststellung der Verantwortung einer die Brücke verwaltenden Betreiberfirma Einer Verantwortung, die kaum ernsthaft bestritten werden kann Lehnt man diese Verantwortung dennoch ab, so führt man höhere Gewalt ins Feld Eine Argumentation, die Staatsanwalt Francesco Czotti bereits analysiert hat, Zitat Aber von höherer Gewalt zu sprechen bei einem von Menschenhand geschaffenen Bauwerk, bei dem offenbar Instandhaltungsarbeiten im Gange waren und andere schon abgeschlossen wurden, das scheint mir nicht angemessen, Zitat Ende Die Berichterstattung und die Parteinahme für die private Baufirma ist auch wegen des heuchlerischen Anteils aufreizend Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie über ein Unglück eines staatlichen russischen oder portugiesischen Bahnbetreibers berichtet würde Es würde festgestellt, dass der Staat eben doch nicht der bessere Unternehmer ist Eventuelle Verweise auf durchgeführte Kontrollen würden als Schutzbehauptungen abklassifiziert Es würden Listen mit durch staatliches Versagen verursachten Unglücken erstellt In all diesen Punkten verhalten sich die großen europäischen Medien im Fall Genua gegenteilig Desaströse Privatisierungen? Kein Thema für die Medien Dabei hätte das Unglück eine Steilvorlage für investigativen Journalismus sein können Die Medien könnten auffächern, wie desaströs sämtliche Privatisierungsprojekte gescheitert sind Sei es beim britischen Eisenbahnsystem, beim Berliner Wasser oder in zahllosen weiteren europäischen Infrastrukturbereichen Am Beispiel der deutschen Autobahnen hat Werner Rügemer gerade auf den Nachdenkseiten ein solches lukratives Desaster beschrieben Verlinkt auf unserer Website innerhalb des Artikels Der Artikel von Werner Rügemer wurde darüber hinaus vertont Zwei weitere Aspekte werden in der Berichterstattung über Genua verzerrt Zum einen die Regulierungswut in Deutschland Zum anderen der Anteil der EU an kaputtgesparter Infrastruktur Laut Äußerungen des italienischen Innenministers Matteo Salvini Untergraben die europäischen Vorgaben zum Haushaltsdefizit die Sicherheit des Landes Geld, das für die Sicherheit ausgegeben werde dürfe, nicht nach den strengen Regeln berechnet werden, die Europa uns auferlegt Sagte der Politiker am Mittwoch dem Sender Radio 24 Immer muss man um Erlaubnis fragen, um Geld auszugeben, prangerte er an Davon dürfte aber nicht die Sicherheit auf den Straßen, bei der Arbeit und in den Schulen abhängen Regulierungswut und German Angst Die Badische Zeitung bezeichnet stellvertretend für viele Medien diese Ausfälle des italienischen Innenministers gegen die EU als pietätlos und inhaltlich unhaltbar Die Zeitung fährt fort, Zitat Zitat Ende Worin die Schuld der gerade erst angetretenen Populisten am Einsatz der Brücke bestehen soll, bleibt das Geheimnis der Journalisten Zu bestreiten, dass der brutale Sparkurs der EU zur Vernachlässigung der Infrastruktur in den südlichen Ländern Europas geführt hat, ist grotesk Die Mittelbayerische Zeitung bringt zu guter Letzt ein kleines Kunststück fertig Sie macht die deutsche Regulierungswut und die German Angst lächerlich, bezeichnet dann aber beides als Voraussetzungen für einen sicheren Alltag, Zitat Zitat Ende Nachdenkseiten Die kritische Website Privatisierung der Autobahnen Lukratives Desaster Von Werner Rügemer Verantwortlich Redaktion Vorbemerkung Albrecht Müller Die Geschichte der Privatisierung öffentlicher Einrichtungen und Unternehmen steckt voller Unvernunft Es stinkt dort geradezu nach politischer Korruption Hoheitliche Aufgaben werden von Rechtsanwaltskanzleien und Beratungsfirmen übernommen Für Honorare, die die 200 Millionen Euro Grenze locker überschreiten Verfilzung zwischen Politik und privaten Betreibern ist üblich Werner Rügemer beschreibt den gemeingefährlichen Zustand am Fall Toll-Collect und den bisherigen Privatisierungen von Autobahnen Hier folgt sein Beitrag, nächste Woche dann ein weiterer Artikel zum Thema Privatisierung von mir Wie der Staatskonzernberaterkomplex mit Toll-Collect ungebremst weiter wuchert Er herrscht auch in Italien, Spanien und Frankreich und wird von der EU gefördert Der Einsturz der Autobahnbrücke in Genua gehört zur Logik Der Staat sollte entbürokratisiert und damit schlanker werden Die öffentlichen Aufgaben sollten schneller, besser, billiger erledigt werden Das war das Versprechen, das von den Kohl-Regierungen mit den beiden christlich lackierten Parteien und der FDP begonnen Den Schröder- und Merkel-Regierungen fortgesetzt wurde und wird Aber was wurde aus diesem populistischen Gebräu? Daraus wurde das Gegenteil Nämlich eine intransparente, diesmal privat beherrschte Bürokratie mit Regierungsstatisten Und die Aufgaben werden langsamer, schlechter und teurer erledigt Ein Desaster für Staat und Bürger Aber für private Konzerne und private Groß- und Dauerberater erweist sich das Desaster als lukrative Selbstbereicherungsmaschine Beschränken wir uns auf den aktuellen Bereich der Autobahnen Betrachten wir zunächst das deutsche Großprojekt Toll-Collect Toll-Collect vertragt nach dem Muster von Public-Private Partnership Das Projekt Toll-Collect, zu Deutsch Mauterhebung, steht an vorderster Stelle für den Staatskonzern Beraterkomplex Im September 2002, zwei Tage vor der Bundestagswahl, schloss die Schröder-Regierung mit dem Toll-Collect-Konsortium aus Daimler Chrysler, Deutsche Telekom und Kofi Root den Vertrag über die Erhebung der Lkw-Maut auf den deutschen Autobahnen Der Start sollte am 31.08.2003 sein Beraten ließ sich die Bundesregierung vor allem von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, PWC Den 17.000 Seiten Vertrag ließ sie von der Kanzlei Freshfields aushandeln PWC und Freshfields, zwei Global Player, die selbst extrem gewinnorientierte private Unternehmen sind, agieren seit Jahrzehnten als Berater und Lobbyisten für Großkonzerne und Großinvestoren Der harmlos neutrale Begriff Wirtschaftsprüfung bedeutet für PWC, wie entsteht ein möglichst hoher Gewinn für die private Seite Freshfields bringt dies dann nach dem Vorbild des US-amerikanischen Wirtschaftsrechts in die hochprofessionell verklausulierte, möglichst umfangreiche juristische Form Je länger der Vertrag, desto höher das Honorar Zum US-Wirtschaftsrecht gehören die absolute Geheimhaltung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Kredite, Gewinnsicherung, Patente, Steuern, Haftung Sie unterfallen den sanktionsbewährten Non-Disclosure Agreements Kein einziger Bundestagsabgeordneter hat je den rechtsgültigen und vollständigen Vertrag einsehen dürfen Wir können begründet annehmen, dass die verantwortlichen SPD-Verkehrsminister Kurt Bodewig, Manfred Stolpe, Wolfgang Tiefensee und ebenso dann die CSU-Verkehrsminister Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt und jetzt Andreas Scheuer Den Vertrag auch nie gelesen haben Welcher Minister kann 17.000 Seiten eines wirtschaftsenglisch geprägten Vertragstextes, den man auch zwischen den Zeilen lesen können muss, verstehen, falls er überhaupt die Zeit hätte, das zu lesen? Man verließ und verlässt sich mit blindem Vertrauen auf diejenigen, die das Metier am besten kennen Die Berater Der Toll-Collect-Vertrag wurde nach dem Muster von Public-Private Partnership, PPP, zu Deutsch ÖPP, gestaltet Entwickelt worden war es von niemand anderem als den Beratern von PWC in der City of London Einige Banken wie die United Bank of Switzerland waren auch dabei Zunächst für die Privatisierungsfundis Margaret Thatcher und Tony Blair Über die Achse Schröder-Blair wurde das Muster nach Deutschland importiert und dann in der Europäischen Kommission übernommen und seitdem in der EU gefördert Bei PPP übernimmt die private Seite als Generalunternehmer praktisch alle Aufgaben des Bauens und Errichtens und vor allem des langfristigen Betriebs Geheimhaltung in kriminogener rechtlicher Grauzone Die Zweifelhaftigkeit der Geheimhaltung wird durch die Umstände der Vertragsunterzeichnung unterstrichen In einer Nacht- und Nebelaktion musste der Präsident des Bundesamtes für Güterverkehr am 19. September 2002 Den Transport der 17.000 Seiten in die Schweizer Finanzoase Zug organisieren Dort wurde der Vertrag von einem Notar unterschrieben Begründung In der Schweiz gehe es schneller und unbürokratischer Die Notare dort seien nicht verpflichtet, die Verträge auf die Verträglichkeit mit anderen Rechtsgebieten und nationalen wie internationalen Gesetzen zu prüfen Deshalb könne man sogar sparen, denn die Gebühren seien viel niedriger Am nächsten Tag posteten in Berlin Verkehrsminister Bodewig, Toll-Kollekt-Chef Klaus Mangold und Telekom-Vorstand Josef Brauner in die Fernsehkameras und simulierten den erfolgreichen Vertragsabschluss Der hatte aber gar nicht stattgefunden, denn er war sogar für Schweizer Verhältnisse zu hastig gewesen Der Vertrag musste noch zweimal in die Schweiz transportiert und dort unterzeichnet werden, diesmal in Basel Arrangiert wurde die Prozedur von der Kanzlei Freshfields Die Unterzeichnung in der Schweiz lässt folgende Schlussfolgerungen zu Die Toll-Kollekt-Tochter GmbH des privaten Konsortiums hat ihren Firmensitz in der Finanzoase Gründe dafür können unter anderem sein Steuerumgebung, Mehrfachfinanzierung, nach deutschem Recht unzulässige Nebenverträge Mit dieser Art der Privatisierung begaben sich Verkehrsminister, Bundesregierung und Staat in eine kriminogene rechtliche Grauzone, gewiss auf hohem professionellen Niveau Freshfields war übrigens auch rechtlicher Berater für die dubiosen Cross-Border-Leasing-Scheinverkäufe und für Cum-Ex-Steuermanipulationen Staatsberatung und Staatsschädigung sind für diese Art Berater kein prinzipieller Gegensatz Wie der Wettbewerb ausgeschaltet wurde In den Monaten vor dem Start des Projekts wurde bekannt Das Betreiberkonsortium konnte die vertraglichen Verpflichtungen nicht einhalten Der Start des Mautsystems wurde ständig verschoben Dem Bundeshaushalt entgingen die schon eingeplanten Milliarden Einnahmen Die Öffentlichkeit war empört Bundeskanzler Schröder, um Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, ließ wegen der anstehenden Landtagswahl in Hamburg am 19.02.2004 den Vertrag kündigen Doch danach nahm er die Kündigung zurück Die Haftungs- und Entschädigungsklauseln waren für den Staat so ungünstig, dass ein endloser juristischer Streit gefolgt wäre Eine Neuausschreibung hätte etwa drei Jahre gedauert Außerdem hätte die Bundesregierung sich selbst kündigen müssen Der Bund war und ist Hauptaktionär des Konsorten Telekom Hilmar Kopper, Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, war zugleich Schröders Beauftragter für das Anwerben ausländischer Investoren Entflechtung der Deutschland AG Und auch noch Chef des Aufsichtsrats des Konsorten Daimler Chrysler, des größten Lkw-Herstellers Der Haushaltsausschuss des Bundestags verlangte einstimmig den Vertrag zu sehen Minister Stolpe sagte zu, Mangold lehnte ab Die Abgeordneten bekamen eine von Freshfields verfasste, etwa auf ein Hundertstel eingedünnte Zusammenfassung mit 190 Seiten Unter Beachtung der Geheimhaltungsklauseln Bereits die Auftragsvergabe von 1999 geriet zur Farce Es bewarben sich drei Anbieter Die Schweizer Fehler Management AG Die Arbeitsgemeinschaft Mautsystem AGES Und die Bietergemeinschaft Electronic Toll Collect Deutschland Zunächst schloss das Verkehrsministerium die Fehler AG aus Obwohl diese das bei weitem kostengünstigste Angebot abgegeben Und das Schweizer Mautsystem erfolgreich installiert hatte Danach wurde auch AGES aus dem Verfahren ausgeschlossen Das Bundeskartellamt wies die Widersprüche ab Was viele kritische Bürger kürzlich erst bei den Freihandelsverträgen wie TTIP, TISA und CETA erfahren haben Das Agieren einer privaten Paralleljustiz Das gibt es in Deutschland und in der EU auch bei den PPP-Verträgen schon längst, hundertfach Auch die Schröder Regierung und das Toll Collect Consortium Hatten sich unter der Regie von P.W.C. und Freshfields darauf geeinigt Wenn es zum Streit kommt, gehen wir nicht vor ein öffentliches staatliches Gericht Sondern vor ein privates Schiedsgericht Ein solches wird erst im Streitfall gebildet Jede Seite benennt einen Vertreter Und beide Seiten müssen sich auf einen neutralen Vorsitzenden einigen Der Streitfall trat ein Das Mautsystem funktionierte nicht Die Ausfälle für den Bundeshaushalt 2003 betrugen etwa 1,3 Milliarden Euro Im Jahr 2004 summierten sie sich auf 3,2 Milliarden Euro 2004 ließ Verkehrsminister Stolpe eine Klage gegen die Toll Collect GmbH auf Schadenersatz und Konventionalstrafe erstellen Auch die privaten Schiedsgerichte wurden als unbürokratisch und effektiv gerühmt Auch hier war und ist das Ergebnis gegenteilig Von 2004 bis etwa 2012 konnte die Klage der Bundesregierung gar nicht zugestellt werden Es gab kein Schiedsgericht Es kam gar nicht zustande oder tagte nicht Weil beide Seiten sich nicht auf den neutralen Dritten einigen konnten Weil das Konsortium sowieso jede Schuld und Zahlung von sich wies und jeden Vergleich ablehnte Auch könne man das den Aktionären nicht zumuten Außerdem verklagte das Konsortium seit 2006 seinerseits die Bundesregierung Weil die wegen der Nichterfüllung des Vertrags einige Zahlungen zurückhielt Die Rechtsanwälte beider Seiten hatten damit schon einiges zu tun Und konnten Millionen Honorare kassieren Ohne dass etwas passierte Zuletzt, 2017, betrug die Forderung der Regierung gegen das Konsortium 9,5 Milliarden Euro inklusive Zinsen Die Forderung der Konsorten gegen die Regierung betrug 5 Milliarden Euro Der Vergleich Ab etwa 2014 wurde vor dem Schiedsgericht verhandelt Das war eigentlich zu spät, denn 2015 lief der Vertrag aus Eine Neuausschreibung dieser Größenordnung dauert mindestens drei Jahre Aber man konnte sich nicht einigen Die Neuausschreibung wurde gezielt vermieden Alle Parteien hielten populistisch das haushalts- und politikrelevante Thema aus den Wahlkämpfen heraus Der Vertrag wurde unter Verkehrsminister Dobrindt beraten von PWC Vertragswidrig und geheim bis 2018 verlängert Die Schiedsverhandlungen arteten schließlich zu Massenaufläufen aus Zitat Zuletzt tagten die Beteiligten im April 2018 für eine Woche im Münchner Nobelhotel Charles Im Raum waren jeweils mehr als 100 Personen, die meisten davon Anwälte Zitat Ende Entsprechend dürftig für den Staat ist das Ergebnis Nach 14 Jahren einigte man sich, zudem dann außerhalb des Schiedsgerichts unter der Regie von Verkehrsminister Scheuer auf einen fairen Vergleich vom Minister als historischer Durchbruch gelobt Nominell zahlt das Konsortium 3,2 Milliarden Euro, aber da wird irgendwas verrechnet Einzelheiten sind nicht bekannt Öffentlichkeit und Abgeordnete kennen auch den Vergleich nicht Wirklich fließen sollen nur 1,1 Milliarden Euro Entsprechend lukrativ wie für das Konsortium ist das Ergebnis auch für Freshfields und Co. Von 1999 bis 2003 zum Vertragsbeginn Erhielten sie 15,6 Millionen Euro, was zudem gegenüber den anfänglich vereinbarten 8,2 Millionen Euro einer Steigerung von 90% entspricht Die gleichzeitig auch vom Konsortium beauftragten Berater und ihre Honorare sind hier nicht eingeschlossen Am bisherigen Ende hatten die vom Bund beauftragten Kanzleien Darunter Linklaters, Schiermann und Sterling und beiden Burkhardt etwa eine Viertelmilliarde Euro verdient Nämlich 244 Millionen Die Toll-Collect GmbH-Kanzleien Lethman und Watkins und Hengeler Müller Dauerhauptmandant Deutsche Bank dürften auf einen noch höheren Betrag gekommen sein Insgesamt betrugen die Anwaltskosten beider Seiten zusammen mehr als eine halbe Milliarde Euro Nachträglich kam noch heraus, Toll-Collect GmbH hat dem Staat vermutlich noch mindestens 298 Millionen Euro fälschlich in Rechnung gestellt Das ergab die Nachprüfung der Abrechnungen durch die Prüfungsgesellschaft Masars in bisher nur drei der 15 Toll-Collect-Geschäftsjahren Die aufgrund einer Razzia eingeleiteten Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft wurden eingestellt Auch nachdem sich der Staatssekretär aus dem Verkehrsministerium, Gerhard Schulz, im Vorfeld der Schiedsverhandlungen eingeschaltet hatte Aber vorsorglich wurden im Vergleich alle Ansprüche abgegolten, auch solche wegen vorsätzlichen Verhaltens Seit 2007 forcieren die CSU-Verkehrsminister auch den Bau, die Reparatur und den Betrieb von Autobahnabschnitten nach dem PPP-Muster Bisher sind es 14 Projekte, sie laufen jeweils 30 Jahre Am bekanntesten ist der 72-Kilometer-Abschnitt Bremen-Hamburg Die Betreiber bekommen wie die Toll-Collect-GmbH einen Teil der Mautgebühren Die beiden größten deutschen Baukonzerne Hochtief und Billfinger, der größte französische Baukonzern Vinci sowie der größte niederländische Baukonzern Royal BAM Group haben sich, beraten von PWC und Freshfields, den Großteil der Projekte gesichert Bundesrechnungshof und Landesrechnungshöfe haben wiederholt auf die Unwirtschaftlichkeit zulasten des Staates hingewiesen Das Konsortium A1 Mobil GmbH, das die Autobahn A1 Bremen-Hamburg betreibt, dokumentiert die Unwirtschaftlichkeit zulasten des Staates selbst Es verklagt nach jahrelangen Forderungen schließlich seit 2017 den Bund auf 778 Millionen Euro Nachzahlung für Einnahmeausfälle, Beraterkosten und Inflationsausgleich Trotzdem bereiteten seit 2013 die Bundesregierungen namentlich Schäuble, CDU, die Verkehrsminister Ramsauer und Dobrindt, CSU sowie Wirtschaftsminister Gabriel, SPD, die noch weitergehende Privatisierung des Straßennetzes vor Gabriel präsentierte 2016 in der von ihm einberufenen Infrastrukturkommission ein Gutachten von PWC Darin wird die Privatisierung nicht nur der Autobahnen, sondern auch der Bundesfernstraßen empfohlen Das Finanzierungsmuster PPP soll dafür von Investoren genutzt werden In einem späteren Gutachten schlug PWC die Erhebung auch der Pkw-Maut und die Gründung einer privaten Verkehrsgesellschaft vor So änderte 2017 die Regierungsmehrheit der Großen Koalition aus CDU, CSU und SPD das Grundgesetz Den Bundesländern wurde die Verwaltung der Autobahnen entzogen Eine private Verkehrsgesellschaft soll künftig die Maut einziehen und außerhalb des Bundestags und des Bundeshaushalts die Autobahnen und Bundesstraßen betreiben Gleichzeitig verschaffte sich der Bund den direkten Durchgriff auf die Finanzierung der kommunalen Infrastruktur Vor allem der Schulen, mithilfe von PPP So ist etwa Vinci neben Tollcollect und diversen Autobahnen schon seit Jahren auch in zahlreichen Städten aktiv So in Köln und Offenbach, das soll mehr werden Italienische Verhältnisse in der EU Am 14.08.2018 stürzte ein 100 Meter langer Straßenabschnitt der Morandi-Autobahnbrücke bei Genua mit mehreren Autos plötzlich in die Tiefe Zahlreiche Menschen starben Die Reparaturbedürftigkeit war zuvor schon verschiedentlich festgestellt worden Die technisch und verfahrensmäßig beschreibbaren Mängel, Fehler und die Verantwortlichen werden hoffentlich ermittelt Doch eines ist klar Der private Betreiber dieser Autobahn, der Atlantia-Konzern, hatte andere Prioritäten als den höchstmöglichen Sicherheitsstandard Seit mehr als drei Jahren galt die konzentrierte Aufmerksamkeit von Atlantia und seiner Aktionäre und Berater einer anderen Frage Atlantia ist der größte Betreiber privater Mautautobahnen in Italien Um noch größer zu werden, wollte er die Mehrheit am größten privaten Autobahnbetreiber der Erde, dem spanischen Abertis-Konzern, übernehmen Abertis betreibt Mautstraßen in 14 Staaten Darunter neben Spanien noch in Italien, Frankreich, Kroatien, Ungarn, Irland, aber auch in Großbritannien, Brasilien und den USA Atlantia konzentrierte sein verfügbares Kapital, erreichbare Kredite und seine Berater und bot 16,3 Milliarden Euro für die Mehrheit an Abertis Gleichzeitig boten für weitere Anteile an Abertis auch der deutsche Autobahnbetreiber Hochtief und der spanische Baukonzern und Autobahnbetreiber ACS Als Berater waren wir in Deutschland PWC, Freshfield und Co. beteiligt Das Motto von PWC? Mit Übernahmen den Unternehmens- und Aktienwert steigern 2017 war laut PWC überhaupt ein Rekordjahr für Übernahmen Zu den 18 Megadeals zählte für PWC auch die Beratung für Hochtief Im März 2018 einigte man sich untereinander mit den Kartellbehörden Atlantia bekommt 50% an Abertis, ACS bekommt 30% und Hochtief 20% Die Übernahme war auch möglich geworden, weil mehrere Mautautobahnen in Spanien, Vorzeigeprojekte der EU, insolvent gegangen waren Nur teilweise konnte der überschuldete spanische Staat einspringen So entstand der weltweit größte private Betreiber von Mautautobahnen und Straßen So sind wir mittendrin in der Errichtung eines neuen EU-Kartells für Mautstraßen Die Berater sind dieselben wie in Deutschland Und die Betreiber und deren Investoren sind untereinander verfilzt und vielfach auch dieselben wie in Deutschland ACS ist mit 72% der Hauptaktionär von Hochtief Und gemeinsam sind diese beiden nun die Haupteigentümer von Abertis Und der größte Kapitalorganisator der westlichen Wertegemeinschaft, BlackRock Ist gleichzeitiger Miteigentümer von Atlantia, Abertis, Hochtief, Royal BAM Group, Vinci, Billfinger Und ebenso sind an diesen Unternehmen auch andere der weltgrößten Investoren beteiligt So Vanguard, Invesco, Armundi und der so freundlich daherkommende norwegische Staatsfonds Norges Sie müssen ihre anspruchsvollen, renditegeilen Anleger befriedigen Bei Atlantia auch die Mitglieder des Benetton-Clans Unter dem langjährigen Regime der staatlich geförderten Privatisierung erwies sich auch die ausgedünnte italienische Straßenaufsichtsbehörde ANAS als unfähig, die Sicherheit zu gewährleisten Wie immer die Verantwortung im Einzelnen aussehen mag oder rekonstruiert werden kann Ein Ende des nukrativen Desasters Die Autobahn- und Straßenprivatisierung zeigt in Deutschland und der EU neben anderen Formen der Privatisierung, Wohnungen, Bahn, Krankenhäuser, Altersheime, Rehakliniken, Post, Bundeswehr ihr hässliches Gesicht Bei den Autobahnen und Straßen wäre der nächstliegende verantwortliche Schritt Die Lkw-Maut darf zum anstehenden Termin 1.3.2019 noch nicht einmal den Organisatoren des lukrativen Desasters übergeben werden Auf die jetzigen Unverantwortlichen können wir dabei nicht vertrauen Unterhalb des Artikels finden Sie insgesamt zwölf Fußnoten Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte ваши Aufmerksamte new Make-up w w w